Nachdenkseiten Die kritische Website Prechts Baerbock-Kritik Durchaus hörenswert Von Jens Berger Seit Gründung der Bundesrepublik gab es wohl selten eine Periode, in der die gesellschaftliche Debatte derart einförmig verlief wie heutzutage. Umso erfreulicher ist, wenn mitten aus dem Mainstream heraus auch mal kritische Töne zu vernehmen sind. Vor allem, wenn es um die überfällige Kritik an unserer Außenministerin Annalena Baerbock geht. Solch kritischen Töne kamen nun in einem Podcast mit Markus Lanz vom TV-Philosophen Richard David Precht, der es unter anderem als Unfall bezeichnete, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Auch ohne diese durchaus gerechtfertigten Spitzen ist der Podcast durchaus hörenswert. Die Schmähkritik ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Ich gebe zu, ich bin ein regelmäßiger Hörer des Podcasts von Markus Lanz und Richard David Precht. Nicht, weil ich die Positionen der beiden Podcaster teile, oft ist eher das Gegenteil der Fall. Dennoch schätze ich das Format, da die beiden hier hin und wieder mal die Rollen, auf die sie im Medienzirkus gebucht sind, verlassen und zeigen, dass sie jenseits der Show durchaus zu Reflektionen imstande sind und auch Dinge hinterfragen, die sie vor der Kamera sonst mit Inbrunst vertreten. Besonders Richard David Precht ist mir dabei durchaus ein wenig sympathisch geworden und das will was heißen, gehörte ich selbst doch vor noch gar nicht langer Zeit zu seinen Kritikern. Doch in diesen Zeiten gelten offenbar die alten Regeln nicht mehr und man ist nicht vor Überraschungen gefeit. So geschehen im November 2021, als Precht im eben jenem Podcast-Format mit Markus Lanz schon einmal aus dem Konzert der Blockflöten ausscherte und sich durchaus kritisch zu den Corona-Maßnahmen und deren Aufarbeitung äußerte. Es folgte ein gemeinsam mit dem Soziologen Harald Welzer geschriebenes medienkritisches Buch, das ebenfalls durchaus unterhaltsam und ungewohnt kritisch ist. Sicher, zwischen der Medienkritik eines Richard David Prechts und der Medienkritik, wie man sie beispielsweise bei uns auf den Nachdenkseiten findet, gibt es Unterschiede. Doch selbst die dosierte Kritik an den Medien hat bereits ausgereicht, um sich eben jene Medien zum Feind zu machen. War Precht früher ein Mediendarling, hat man heute das Gefühl, dass er zum Lieblingsprügelknaben mutiert ist, vor allem dann, wenn er sich zu außenpolitischen Fragen äußert und dabei das Herdenverhalten der etablierten Journalisten aufspießt. Und nun hat Precht getan, wovon ihm jeder Medien- und Imageberater sicher mit Nachdruck abgeraten hätte. Er hat das Lieblingskind des Hauptstadtjournalismus, unsere Außenministerin Annalena Baerbock, kritisiert und die ist sogar ohne Glacierhandschuhe und gänzlich undiplomatisch. Thema des Podcasts waren die aufsteigenden Supermächte China und Indien, das Ende der unipolaren Welt und die Frage, wie der Westen darauf reagieren sollte und warum die aktuelle Politik genau das Gegenteil von dem erreicht, was sie zu erreichen vorgibt. Als es dann um Annalena Baerbocks China-Reise geht, dreht Precht verbal auf. Zitat Dann habe ich das Gefühl, also, wenn ich ganz ehrlich sein darf, dass ich immer denke, was für ein Unfall, dass diese Frau Außenministerin geworden ist. Die hätte doch unter normalen Bedingungen im Auswärtigen Amt nicht mal ein Praktikum gekriegt. Dass jemand mit dieser moralischen Inbrunst einer Klassensprecherin, einer Weltmacht, einer Kulturnation versucht zu erklären, was westliche Werte sind, sie als systemische Rivalen definiert und quasi ein Eskalationsszenario an die Wand malt, eine wertegeleitete Außenpolitik, die in Wirklichkeit eine konfrontationsgeleitete Außenpolitik ist, statt einfach mal kleine Brötchen zu backen und sich zu sagen, solange wir in Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sind, nehmen uns die Chinesen mit allem drum und dran ernst. Nur wer wirtschaftlich stark ist, kann mit seinen Werten überzeugen, und zwar nicht dadurch, dass er andere belehrt, sondern dadurch, indem er etwas vorlebt, was für andere nachahmenswert erscheint. Da ist diese gerade einmal etwas über 40-jährige junge Frau, die in ihrem Leben noch nichts geleistet hat, und droht diesem Land, das 600 Millionen Menschen aus der Armut rausgeholt hat, dass es die rasanteste wirtschaftliche Entwicklung hingelegt hat, die je ein Land auf diesem Planeten gemacht hat, das ist doch unsagbar zum Fremdschämen. Zitat Ende. Wumms, das hat gesessen. Diesen Sätzen ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, und selbst der sich gerne als Antagonist inszenierende Markus Lanz konnte dem nichts mehr entgegensetzen. Es kam, wie es kommen musste. Kaum war der Podcast online, fielen die üblichen Verdächtigen auf Twitter überbrecht her, und, auch das war zu erwarten, kritisierten ihn losgelöst vom Kontext wegen des angeblichen Sexismus, der sich in diesen Sätzen verbergen soll. Zitat Duzaine Técal Was für ein Unfall das R.D. Precht sich zum frauenfeindlichen Besserwisser der Nation aufgeworfen hat und uns darüber belehrt, wie Außenpolitik zu sein hat. So jemand hätte unter normalen Bedingungen nicht mal ein Praktikum in der Redaktion des Philosophie-Magazins gekriegt. Zitat Ende. Und erneut Zitat Bernd Ulrich Dürfen Männer jetzt wieder so über Frauen sprechen, voller Verachtung und Selbstgerechtigkeit? Precht über Baerbock. Zitat Ende. Erneut Zitat Sosan Schäbli Die Attacken von Precht in Richtung Baerbock zeigen auch, er ist ein eitler Mann, der nach Aufmerksamkeit sucht und es scheinbar nicht erträgt, dass eine starke Frau mit klarem Profil deutsche Außenministerin ist. Twitter Zitate Ende. Wir lernen, Inhalte zählen nicht, wenn der Kritiker männlich und die Kritisierte weiblich ist. Ist das nicht Selbstsexismus? Aber vielleicht ist es ohnehin sinnlos, von einer derartigen Debatte auf Twitter irgendetwas Fundiertes zu erwarten. Die Niveaunlosigkeit der Kritik setzte sich auch in den Printmedien fort. Okay, auch das ist jetzt nicht gerade überraschend. Den Vogel schoss diesmal ein gewisser Arno Frank ab, der auf spiegel.de Precht kulturrelativistischen Humbug und eine elitäre Elitenfeindlichkeit, immerhin ein schönes Wortspiel, unterstellte und feststellte Prechtwirke in Wortwahl und Gustus ganz so, wie man es von einem begeisterten Nutzer alternativer Medien und Verteidiger rechtspopulistischer Fernsehsender aus Österreich erwarte. Demnach ist Precht nun also ein sexistischer Rechtspopulist. Das Schlimme an diesem kindischen Verbalgeplänkel ist wohl dessen Erwartbarkeit. Interessant, wenn auch nicht überraschend, ist einmal mehr, dass die Kritiker sich auf leicht verdauliche Ad Personam-Argumente konzentrieren und den gesamten Kontext herauslassen. Und gerade dieser Kontext ist eigentlich noch interessanter als die zugegebenermaßen treffende Baerbock-Kritik. Was Precht im Podcast zur Anmaßung des Westens alten Kulturnationen wie Indien und China unsere Werte zu überstülpen sagt, ist nämlich äußerst originell. Precht stellt diesen Missionierungsdrang des Westens in eine historische Tradition mit dem Christentum, das sich ebenfalls gegenüber anderen Religionen und Kulturen für überlegen hielt und dessen Ziel es sei, dass am Ende die ganze Welt dem eigenen wahren Glauben folgt. Hier das Kulturvolk mit überlegener Moral, dort die Heiden. Und ja, wenn man sich die aktuelle Debatte vor Augen hält, liegt diese Parallele durchaus auf der Hand. Auf der Hand liegt auch, dass die Apologeten des Wertewestens ungerne mit Missionaren, Konquistadoren und Kreuzrittern verglichen werden wollen. Daher wohl auch die scharfe Kritik, die sich erst gar nicht damit abgibt, auf den Kontext einzugehen. Es ist begrüßenswert, dass es überhaupt noch solche Formate aus dem Mainstream heraus gibt, in denen auch mal über den Tellerrand hinausgedacht wird. Dass ein solches Format ausgerechnet von Markus Lanz produziert wird, ist unfreiwillig komisch, bügelt er in seiner Talkshow doch jedes pflänzchenunabhängigen Denkens brutal platt. Zum Thema gab es übrigens von den beiden Protagonisten des Podcasts in den letzten Wochen zwei ebenfalls durchaus sehenswerte TV-Formate. Die multipolare Welt, neue Rollen, neue Konflikte, Richard David Precht im Gespräch mit Pankai Mischra. Zu dieser Sendung hatte auch Udo Brandes auf den Nachdenkseiten bereits etwas geschrieben. Markus Lanz am 19. April zum Thema Indien mit der Südasien-Expertin Britta Petersen und dem Moderator Ranga Yogeshwar. Eine dank der beiden Gäste durchaus erfrischende und undogmatische Sendung. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. INCREIMENT INCREIMENT